Wenn die Fanliebe so weit geht, dass man sogar Werbeartikel hat, dann wird es echt crazy. Jetzt gibt es nämlich in den USA tatsächlich Tampons in Form der kleinen gelben Minions. Krass, oder? Doch das ist noch lange nicht der einzige verrückte Werbeartikel, den es gibt. Wie wäre es zum Beispiel für eingefleischte Twilight-Fans? Eine XXL-Pflastersammlung mit Motiven aus dem Film. Bestimmt praktisch, falls man von einem Vampir gebissen wurde und das verstecken möchte. Oder willst du lieber Nachbildungen der Eheringen von Bella und Edward? Die gibt es nämlich ebenfalls zu kaufen. Auch die krassen Hannah Montana Fans werden im Netz fündig. Es gibt Vorhänge zur Verschönerung oder Verschlimmerung des Raumes. Und wer Hunger hat, kann sich den Panini Grill zulegen, der schöne Hannah Montana Motiver auf den Toast brennt. Und wer wollte nicht schon immer beim Zähneputzen die Stimme von Justin Bieber hören? Mit dieser Zahnbürste geht das. Die singt nämlich Never Say Never oder One Time. Man muss einfach so lange putzen, wie die Musik spielt. Du bist ein echter Directioneer? Dann kannst du hier die ID-Karten von Harry Styles, Liam Payne und Co. holen. Einfach in dein Portemonnaie und du hast die fünf Jungs immer dabei. Diese In-Mali-Karte kann man verbrennen, zerschneiden oder einfach wegwerfen, wenn man ihm für den Ausstieg bei 1D immer noch böse ist.